Norddeutscher Rundfunk 2021 Max Wiederkehr hat sich gewünscht, dass er hier neben Elisabeth Beck begraben wird. Wir verabschieden uns jetzt von ihm. Von Erde bist du genommen, zur Erde sollst du werden. Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Halt! Stopp! Ich möchte euch bitte, sonst ja nichts anderes runterzurühren. Es ist einfach eine Riesensauerei, wie die Leute wegen diesen hohen Sackgebühren Beerdigungen missbrauchen, um ihren Abfall gratis zu entsorgen. Schau mal, das Grab wurde gestern frisch ausgeschaufelt. Und prompt liegt heute schon so ein Sack hier unten. Ich meine, so sechs geächtet ja noch. Hat er gestern gesehen? Zwei Gräber nebenan. Da sind drei alte Fernseher unten gelegen. Letzte Woche hat doch tatsächlich einer ins Grab seiner Frau seine alten Winterpneue runtergerührt. Wir hätten es ja nicht einmal gemerkt, aber zwei Tage später grabt er alles wieder auf, weil er es mit seinen neuen Sommerpneuen verwechselt hat. So, runterlassen. Verehrte Anwesende. Wir haben es heute lustig gehabt. Aber ich möchte doch auch sagen, dass ein Trauriger nachgelassen ist. Max, ich habe mich bei dir entschuldigen. Du fählst mir jetzt schon. Danke. Ich habe geschlossen. Applaus Ich möchte hier im Namen der Verwaltung mein Beileid für den Einschied vom Herrn Wienerkehr aussprechen. Aber trotzdem traurige Momente muss ich leider etwas Wichtiges mitteilen. Gehören mich alle? Ja. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, gehört mich jetzt auch. Der Verwaltungsrat hat einen Abbruch von unserem Altersheim beschlossen. Ja, eine Renovation nach dem Brand lohnt sich nicht mehr. Das Sozialamt wird mit jedem von euch nach einer Lösung suchen. Die, die noch laufen können, würden in die umliegenden Heime verteilt. Die anderen kommen die eines von diesen chronisch kranken Pflegeheimen. Reden Sie erst einmal gerade Aussagen. Es ist noch unklar, was nach einem passiert. Es deutet aber alles darauf hin, dass das hier ein Parkhaus wird. Verdammte Sau! Für Sie als grosser Börsenprofi wäre das sicher kein Problem, die Immobilienholding zu übernehmen. Das ist immer komisch. In meinem Portfall ist doch nicht ein Titel, der durch ein verlottert und unrentable Altersheim belastet wird. Das ist nicht so. Lassen Sie das stehen. Ich will schauen, was ich machen kann. Herr Beck, kommen Sie schnell. Frau Spenner, Sie sind in Ihrem Zimmer verbarriert. Was haben Sie da? Wer? Herr Bissinger, machen Sie keinen Blödsinn? Ich mache nie Blödsinn. Kommen Sie jetzt, Herr Beck. Frau Spenner! Frau Spenner! Frau Spenner! Frau Spenner, machen Sie das ja nicht! Kommen Sie von diesem Bett oben ab. Bist du gut? Es tut mir leid, Kollegin, Herr Beck. Sie sind ja noch der Einzige, der über Sie mit mir redet. Aber in einem neuen Heim habe ich Sie ja dann auch nicht mehr. Ich verspreche Ihnen, ich komme Sie auch im neuen Heim ganz viel besuchen. Ah! Es hat alles keinen Sinn. Ich will lieber sterben, als zuschauen, wie ich meine schönen Möbel wegtraue. Herr Bissinger, beruhigen Sie sich! Wir vom 4. Gebirgsbataillon haben schon vor dem Hitler keine Angst gehabt. Dem Sanierungsdobel hier unten will ich schon zeigen, wo der Mast, der Hol, der Bartli, der Mast hat. So, jetzt ist es. Fertig geschafft! Der kommt ja nicht hier rein! Das ist mein Renouis! Bissinger! Hör auf! Massen Sie auf ein paar Späne auf. Ich habe alles geregelt. Die Übernahme hat geklappt. Da zopfen Sie nicht so ein Schein. Was glauben Sie eigentlich? Gehen Sie mal raus an die Börse. Erfahren Sie, wer der André Klein ist. Bissinger! 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 Die Tür ist kaputt! Sie müssen kippen! Das ist immer noch nicht. Dann müssen wir ihn mal bestellen. Können Sie vielleicht schauen? So. Moment. Die gehört noch dazu. Oh, jetzt ist ein bisschen runtergerutscht. So. Viel Sinn. Ausgerechnet der Herr Bissinger, der so mutig für das Überleben von uns im Heim gekämpfte, musste uns leider für immer verlassen. Sein Herz hat die Aufregung des letzten Tages nicht mehr verträgt. Wir sind jetzt alle im Moment still und denken gemeinsam an Alois Bissinger. Danke. Und jetzt übe ich das Wort an Herrn Klein. Herr Klein, bitte. Meine Damen und Herren, ich habe gestern diese Liegenschaft übernommen. Ja, alle Kündigungen für die Bewohnerinnen und Bewohner des Altersheims sind damit gegenstandslos. Wir können also alle hier wohnen bleiben. Weil ich mich aber weiterhin an der Börse betätige, v.a. im Derivatgeschäft, übergebe ich die Direktion vom Altersheim jetzt an Frau Gertha Gretzer. Applaus Gratuliere, Frau Gertha Gretzer. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Schon recht. Adieu miteinander. Ich gratuliere dir. Merci. Vielen Dank. Vielen Dank.